Ruhig, ganz ruhig, Roman. Wir fahren sowieso das Ganze jetzt so ruhig, wir werden auch auflaufen auf die andere Truppe. Also das wird jetzt wirklich komplett tiefenentspannt hier. Ganz ruhiges Material anwärmen. Und ganz sauber, Linie fahren. Mal komplett alles sauber, bis auf die weiße Linie ohne Klärpunkt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schön links da, am ersten Körbsimmer dran und am zweiten Körbsimmer auch dran. Ganz fein einlenkeln, schlappt es durch, Doppel-Links-Flugplatz. Hier ankommen immer Blick weit vor aufs Schwedenkreuz und da alles frei ist wichtig. Und auf der Kuppe niemals links fahren und hier niemals links überholen. Das ist brandgefährlich. Also das ist der schlimmste Ort zu überholen. Linkes Drittel hier über die Kuppe drüber und die weiße Linie. Und dann, je nachdem, wenn man rauskommt, kann man von links an fahren, aber man hält sich eigentlich ein bisschen mittig jetzt. Man geht immer ganz links raus. 93er Schild zu beim Posten. Kompression hier ganz knapp vorbei. Am letzten. Neue Linie hier auch im ARN-A-Fast. Aber geradeaus rein auf die gelbe Markierung vom Leitplan-Kippen. Und dann hier sauber rauf. Jetzt gefällt das 103er Schild zu fahren. Das rechte 103er Schild vor den rot-weißen Banden und da dann rein in die links. Mit dem GT3 wird hier nur noch gelupft. Da wird nicht mehr angebremst für diese Kuppe mitgestellte. Das ist noch für die, dass ich das noch vorstellen kann. Der Glaub ganz spät. Rein, später Schild worden. Mit der Kompression kann man da noch ein bisschen nachlenken, weil die Vorderachse dann ein bisschen mehr Führung hat. Die Miss-Head-Miss-Kurve. Hier ist der Punkt, Breitscheid-Bahn-Ecksmühle. Hier da rein ist man perfekt gefahren, wenn man oben Ende kraft, linke Seite. Wenn man da um die 130 kraft hat, dann ist man das schon mal super gefahren. Mit dem richtigen Knall, also 140 in dem Bereich, soll das alles optimal werden. Die Klinadakurve, Anfahrt, Bergwerk. Wichtigste Kurve hier, am ganzen Ring. Wichtigste Kurve. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kuppel mittig drüber, links knapp und die weiße Linie an, weiße Linie berühren hier auf der Knoppersteine, drüber am Gasbleiben über die Kuppel, zwei Autolängen, Vorkörpende dann, den Kackenzieher einstechen. Die Rechtskurve, so wie wir es jetzt fahren, kriegt man es eigentlich nicht immer hin, nicht wenn man die erste rechts da relativ schnell fährt, dann fährt man die links jetzt viel, viel weiter. Und der zweite Kanaldeckel innen ist der Scheitelpunkt für die Ausgabe. Die Rückgangskurve hier. Genau, Positionswechsel. Körnohin gleich durch.